Traurige Nachrichten. Sascha muss seine Tour aufgrund einer Krankheit absagen. Sascha. Er muss seine Tour aufgrund von Krankheit absagen. Diese Worte schmerzen jeden Künstler. Ich bin krank geworden. Und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen. Jene stammen in diesem Fall von Sänger Sascha, 51. Eigentlich wollte er in wenigen Tagen auf Tournee gehen, 13 Konzerte waren in ganz Deutschland geplant. Doch nun kommt alles anders als geplant, denn der Musiker ist kurz vor Tourstart erkrankt. In seinem Instagram-Post erklärte er seinen Fans die missliche Lage. Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen. Aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen. Da er es nicht verantworten kann, mich in diesen Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken. Sascha freut sich schon Riaisk darauf, sein Bühnenprogramm This is my time, die Show zu präsentieren. Muss sich nun aber zunächst auf die Couch zurückziehen und sich ausruhen. Seine Ärzte sind dran, dass es ihm bald wieder gut geht. Ich bekomme jetzt eine etwas intensivere Art der Therapie und brauche gleichzeitig und danach viel Ruhe und Erholung. Wie lange das dauert, kann keiner genau sagen. Das kann in 10 bis 14 Tagen erledigt sein. Es kann sich aber auch noch länger hinziehen. Angesetzt sind die neuen Tourtermine nun für Frühjahr 2024. Über die genauen Daten wird der Sänger noch informieren. Sascha. Im Netz bittet er seine Fans um Verständnis. Nicht nur Sascha selbst ist enttäuscht, dass seine Tournee nun vorerst wegen seiner Erkrankung ins Wasser fällt, sondern auch seine Fans sind sicher traurig. Schließlich war die Vorfreude bereits groß. Bei jenen entschuldigt sich der Sänger auch in seinem Instagram-Post. Es tut mir so unglaublich leid. Es macht mich so traurig aus so vielen verschiedenen Gründen, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Ihr habt euch auf mich und ich mich so auf euch gefreut. Auf diese tolle Show, diese schönen Abende. Ich weiß auch, wie groß die Vorfreude bei allen war und es bricht mir das Herz, nicht nur euch, sondern auch meine ganze Reisetruppe und Veranstalter und alle, die dranhängen, enttäuschen zu müssen. Wir wünschen Sascha eine schnelle Genesung und dass er hoffentlich bald wieder seine Fans auf der Bühne begeistern kann. Wir wünschen Sascha, wie groß die Vorfreude bei der Bühne begeistern kann.